Ich hab die Aufnahme noch nicht gefertigt, du bist so geplant und besser. Alles klar. Jetzt hörst du mir genau zu, haben wir uns verstanden? Ja, ich hör dir zu, ja, ja. Jetzt passiert das da. Und das wollen wir alle nicht. Geht doch, wir sind doch nicht in der ersten Klasse. Du nimmst mich nicht ernst, oder? Dich? Ich? Ja. Ich geh nämlich so ernst. Nee! Als? Nichts. Du... 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 Mickey Mouse ist wieder da. Du... Du... Hat man auch seinen Fehler denn gelernt? So, Hobby, los! Ich grabe einfach mitten in meinen Zahn. Ich grabe einfach in die Erde rein, und ich kann nur so doll schlagen, als wäre es ganz normales Stück Scheiße, als würde ich mir einen Stock in den Boden geraben. Du, Karp, ja? Eine Bitte. Ja. Als Mull. Kannst du mich weg-tippen, weil ich habe mich hart in die Erde gebürtelt, gerade runter. Ah, du Fettsack. Ja. Es war... Warte, stopp ich mir game-out. Okay. Ist das bei dir so ne Running-Gag, irgendwie so? Wieso? Ich hab' etwas für dich, und zwar ne Rüstung, die hab' ich gerade eben gefunden, falls natürlich uns die Bewohner angreifen sollten. Fuck, ich bin game-out! Greifen wir uns einfach. Weiß nicht. Ich bin auf'n Baum. Ja, auf welchem Baum? Scheiße. Auf'n Baum. Was ist los? Ich greife mich an. Wo bist du? Scheiße. Wo bist du? Ich hab' hier ne zweite Rüstung gefunden, die du übersehen hast, dann kannst du auch eine Rüstung. Nein, bis jetzt nicht mehr als gibt eins. Ich hab' hier ne zweite Rüstung gefunden, also die hast du wahrscheinlich vorhin übersehen, aber damit hast du auch eine. Jetzt haben wir beide eine, falls die angreifen sollten. Ja, das ist jetzt aber nicht dein Herz! Ich hab' Game-out, ich hab' Game-out, eigentlich nicht mal. Ich weiß aber, ich weiß gar nicht mal. Das stimmt für euch ab'n. Ich weiß gar nicht mal egal. Okay, weil, super, Leute, ich will kurz was zum Trinken holen. M-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Warte, 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 ich bin ich ein paar Klagen- Kopf. Warte. Warte. Oh, weißte, Halle! Bauchklang. Oh, komm. Oh. Oh, oh, oh. Okay, die machen einen Gutschern. Oh, 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 oh. Ich bin ein Apfel, ich bin ein Apfel. Oh. Oh. Hart. Damage. Oh. Oh. So stark. Oh. Wo kommt der? Oh, scheiße. ich bin dein schlag reingelaufen entscheidet ich so will ich leben du stehst auch neben mir denn stehe mir alt was willst du Schockstarren, oder? Mein Film ist los! Ich hab Leute gewusst! Ich hab Leute gewusst! Kein passender Zeitpunkt, wie gesagt! Hat irgendjemand von euch ein Steak oder Schnitzel? Ja, ist ne Karotte. Ist gesund. Danke. Bis auch. Boah, ist das jetzt ein Scheißerz? Äh, übrigens Akto. Sieh die scheiß Hörner aus, du kannst dich plötzlich einfach Hörner haben. Ich hab einen Hörner. Mach die Hörner weg, ich hab schon die Hörner. Ja. Bei mir sind die weg, aber... Ja, bei mir sind die Hörner noch da. Ja, bei mir auch. Vor mir, aber ich bezweifle. Gucken Sie es sich... Da hatten wir mal ein Volk in der Nähe, was sehr entwickelt war, bis die Spanier einbinden. Gucken Sie es sich an. Verprügeln Sie mich noch einmal. Und ich werde Sie alle töten. Ja, das will ich sehen. Geben Sie mir nur Zeit, um bessere Waffen zu schmieden. Lesen Sie das Buch und sagen mir, wer es geschrieben hat. Genau. Geben Sie bitte ein bisschen weg, sich nerven nicht. Danke. Genau, Achte. Rockbuch. Ich? Nichts. Jene andere. Vielleicht irgendein anderer. Pfff, puf... Ja. Oh, ist das geil. Ich habe gehört, dass du mir ein Buch gibst und ich erwarte, dass dein Name drin ist. Du hast die Scheiße geschrieben. Ich habe die Scheiße nicht geschrieben. Ich kann doch nicht mehr schreiben in diesem Spiel. Ich bin ein fucking U-Einwohner. Was glaubst du, was kann ich denn? Ich kann Uga 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 und Verwaffen schmieden. Uga Uga. Marina ist nicht, dass du das Buch geschrieben hast und dann müssen sie die Scheiß-Sense sehen. Wie oft muss ich die Scheiße noch wiederholen? Nein, das war ein Pfarrer vor mir! Nein, kannst du nicht! Dann wird es doch bis zum Finale hin geplant, dass du das bist. Aus... Ich bringe es um, ich bringe es um! Ja, einen Moment, ganz kurz. Ja. Feri! Du bist für die Doofen, ne? Ja, ja. Du bist auf der Stelle dran. Boah, wegen... Aber auch so rausgehauen. Wir sind drei Fragen hochgenommen. Können wir denn nicht starben? Ja, ob er ist da, ist zum Sack. Dann würde jemanden anrufen. Hallo? Oh mein Gott. Ja, was? Was denn? Aber dann... Muss ich halt fliehen. War dann den nöt schippt. Wann? Wollen wir auch schon dich selbst zu töten? Ich will nichts davon nackt hören. Ich habe nur in die Luft geschossen. Ich habe nur in die Luft geschossen. Ich habe nur so geschossen, das trifft einfach ein Eifel. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass das... Ich habe nur in die Luft geschossen. Ich habe nur in die Luft geschossen. Wieso? Du magst so schwer sein. Du magst so schwer sein. Du magst nicht. Haha, du! Oh, sorry. Also, ich back herum. Wie du backst herum? Ich... Ja, ich back die... Ja, ich back... Ich back durch zweierlei Welten. Einmal da, wo ich gestorben bin. Und da, wo ich hinstehe, wo ich hier wollte. Entschuldet mich. Eifer. Ich verstehe mich die ganze Zeit immer hin und her. Das kommt davon, ne? Das tut mir los. ich schweiß das bett um will wird so weiter ich war mächtig gewonnen wie geht es ihnen noch so sehr gut denn nach legenden gibt es eine leeren dimension nur weil sich mächtige wesen eingesperrt werden aber eine helle leere habe ich noch nie gesehen alle auf Schnauze ich bin in Game Mode ich schlupfe du musst weg easy 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 ich los weg hier wie weg ich sterbe nunmals ich lösche mal das ja viel Spaß Bis zum nächsten Mal.